Und herzlich willkommen zurück zu Remember Me. Ja, wir kommen langsam dem Ende nah. Wir sind mittlerweile bei 69%, das heißt 30%, die gehen relativ eigentlich schnell voran, will ich hoffen, weil letztes Mal hatten wir auch schon so schnell Prozente gerattert. Aber jetzt steigen wir schnell ein und Geschichte fortsetzen hier. Ja, die letzten drei Tage sind keine Folge gekommen, da habe ich leider verpasst, welche zu Wendern und so was. Und habe nicht darauf achten, weil ich momentan die ganze Folge alle vorplane, das heißt immer geplant hochlade, weil ich da keine Zeit zu habe, immer um diese Uhrzeit zu sagen, ja jetzt kann es öffentlich gehen. Deswegen sind die alle geplant und da habe ich leider nicht geguckt, dass ich noch genug Remember Me Folgen habe. Naja, kann ich leider nichts dafür, sind mir ein paar ausgefallen, aber es läuft da momentan noch Minecraft noch nebenbei. Also da sind wir glaube ich bei Folge 81 so mittlerweile und das ist eigentlich relativ gut. Ich glaube, wenn ihr das seht, dann ist Folge 81 schon weg. Oh, hier waren wir beim letzten Mal, ne? Oder bin ich hier schon drüber gekommen? Äh, muss ich jetzt hier noch runter? Ja, ne? Ach ja, wir sind hier beim letzten Mal ja abgestürzt, immer. So. Ach, da muss ich ja hin. Deswegen habe ich mich im Arsch, deswegen geärgert. Ja, wir müssen jetzt diese beiden, äh, Lipa-Kreaturen suchen, weil die ja die von Captain Trace, ähm, gesuchten Gedanken haben, die wir benötigen. Jetzt versuchen wir mal da hinzukommen. Dankeschön. Na, komm. So. Dann versuchen wir das mal, das, äh, das schnell noch hinbekommen. Das soll ja alles klappen hier, wie ich es gerne möchte. So, da muss ich runter. Nein. Zumindest bin ich unten. Ah, die Szene hatten wir, glaube ich, schon. Genau, Captain Trace, Erinnerung. Ein bisschen kommen wir ja noch von dem Rauben, haben wir beim Litzheim gemerkt. Soweit waren wir schon in der Szene, aber die speichert ja immer so komisch das Spiel, deswegen können wir uns da dagegen machen. Nur Fetzen und Emotionen. Aber auch das Fragment eines neuen Rätsels. Vielleicht nach einem Mnemonic? Nee. Sein Gedächtnis ist mit denen der Lieber verschmolzen. Was meinst du? Du musst das Gedächtnis dieser beiden Mutanten durchwühlen, um das Rätsel endgültig zu lösen. Richtig. Es ist unsere einzige Chance, Zugang zum Konzeptionswürfel zu gewinnen. So sieht's auch aus. So, jetzt ich hoffe, dass uns kein Unraub hier erwartet. Ich hab da keinen Bock mehr drauf hier, hallo. Sie sind ein Wisht. Es ist doch klar, dass sie ein Wisht sind, meine liebe Dame. Was war das? Was war das? Äh, guten Tag. Oh, warte mal, ich hör was. Aber das riecht schon nach einem Kampf hier wieder in so einem großen Ding. Hallo? Oh, ihr seid beide hässlich. Ihr seid alle hässlich. Habt das schon mal einer gewähnt hier? Boah, sind die nervig. Das wären ja jetzt schon meine Freunde. Na, Jungs. Oh. So, wir sollten erst die Raserei entsetzen. Wir werden wir ein bisschen hier weggekloppt bekommen. Dankeschön. Na, wo ist er denn? Wo ist er bloß er? Zack. So, jetzt machen wir gleich Raserei plus. Oh, Mann. Da ist der zweite, oder? Jetzt brauchen die Tarnung. Senzen. Das müsste das gewesen sein. Ja. Jetzt verprüglich euch, Jungs. Und das reicht erst mal einen Moment. Oh. Ich hab doch irgendwo da eine Logikbombe. Tschüss. Na, kommt schon. So, ein paar Sekunden müssen wir noch durchhalten. Wieder, damit wir beide wieder einsetzen können. Das ist, glaube ich, eine schnellere Taktik, als wir uns versuchen, ihn wieder einzeln an die ranzukloppen. Na, Jungs. So, Sensenstörung. Na, wo ist er denn? Also. Und die Raserei, und dann wird er mir fröhlich verklappt. Äh. Oh. Oh. Okay. Und. Gemobst. Hehehe. So, einer haben wir schon mal. So, die gleiche Taktik erfolgt jetzt nochmal. Die geht relativ schnell, also finde ich die Taktik. Ah, da müssen wir gleich aufpassen, weil die, äh, Zeilen immer dazwischen relativ schnell ablaufen. Das war gerade ziemlich knapp. Ich musste mal aufgucken, was ich drücken muss. Oh, seid ihr nervig, Jungs. Zack. Zack. Weil das ist ja unser, äh, einfachstes, äh, Mittel, immer Zeit und ein bisschen Energie zu bekommen. Zack. So. Die einen lassen sich dann nicht durchstellen, die weißen hier, aber die, den Rest ja. Dann können wir hier schön kloppen hier. So, das gleiche nochmal. Und ich hoffen. Tritt, da müssen Schlag kommen danach. Und dann wieder Tritt, ne? Und wir klauen wieder die restliche Erinnerungen von Captain Tways. Ich hoffe, das war's auch. Was geht euch denn los hier? Ach, ich muss hier auch noch verprügeln hier. Okay. Da verprügel ich euch eben. So. Okay. Dankeschön. Ich setze die Mnemonik von Trace wieder zusammen. Sehr schön, Schöster. Jetzt geh durch die Hauptsicherheitsschleuse in den Konzeptionswürfel. Gut. Das machen wir. Das machen wir. Wo müssen wir denn da hin? Da, ne? Zerplopp. Sprinkler aus. So. Ne, nein. Da einmal bitte öffnen, danke. Achso, hier kommen wir raus, okay. Guten Tag, die Herren. Keine Ahnung, wo die Tür ist. Ach, da ist Fire Exit. Okay. Nö, das möchte ich nie mit meinem Nachbarn tauschen. Hier soll das irgendwo sein. Da, gefunden. Fokus-Boost, okay. Nehme ich doch gerne in Anspruch. So, wo muss ich denn jetzt lang hier? Gute Frage, nächste Frage. Da auf jeden Fall. Aber dann nehme ich den mal mit hier. Nein, bleib da. Da. Ah, nice. Ja, Fire Manning-Kinder. So, ich mache einen kurzen Stopp und dann sehen wir uns gleich wieder. Und tschözen.